Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Wir sind auch weiterhin auf der Suche nach einem neuen Trainer und Daniel Farke wurde ja schon mal ins Spiel gebracht. Als Ex-BVB-Trainer hat er einen wirklich guten Namen mittlerweile, weil er bei Norwich City sehr gute Arbeit gemacht hat. Aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ist er auch aktuell ohne Job, weil das Kapitel bei Krasno da relativ zügig wieder zu Ende ging. Und somit natürlich auch vorstellbar, dass er ein Kandidat für uns sein kann. Zumindest er selber kann sich einen Job in der Bundesliga sehr gut vorstellen. Aufgrund meiner Vita ist es naheliegend, dass das die beiden Märkte sind, die am besten zu mir passen. England kenne und schätze ich, Deutschland ist meine Heimat und die Bundesliga ein Top-Produkt, auch international, sagte Farke der Süddeutschen Zeitung. Und machte damit deutlich, dass die Premier League wie auch die Bundesliga im nächsten Schritt wieder folgen könnten. Und für sein nächstes Engagement hat er auch ganz klare Vorschlägerungen, die wie ich finde auch ganz gut zu Schalke passen. Ich mag es, wenn ich einen Klub auf ein höheres Niveau bringen kann. Also zum Beispiel aus einem Mittelklasse-Verein ein Team zu formen, das in Europa spielen kann. Oder ein Europa-League-Team in ein Champions-League-Team zu verwandeln. Der nächste Schritt, das nächste Level und Siegermeister in einer Mannschaft in einem Verein tragen. Das ist es, was mich reizt. Ich werde nur ein Projekt übernehmen, von dem ich zu 100% überzeugt bin und bei dem ich das Gefühl habe, dass die Vorstellungen des Klubs und meiner absolut übereinstimmen. Wann und wo das der Fall sein wird, das wird man sehen, sagte Farke. Natürlich hat das jetzt einfach nichts mit Schalke zu tun, aber zumindest kann er sich prinzipiell einen Bundesliga-Job erst mal vorstellen. Und wir suchen dann noch einen Trainer, also vielleicht ist da ja dann sogar was möglich. Eure Meinung zu Daniel Farke mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.